Der hat nicht nur Haare im Gesicht, sondern auch auf den Zähnen. Hey, hast du den Baum gefirrt? Nein! Er war's. Der Lorax ist... Zeit, dass du verschwindest, Bohnenstange! Was? Der legendäre... Au! Waldmeister! Wer hat denn diesen haarigen Erdnussflip eingeladen? Du schlägst doch keine Frau! Das ist eine Frau? Der Lorax!